Haben Sie sich jemals gefragt, welche Geheimnisse unter dem ewigen Sand Ägyptens verborgen sind? Bereiten Sie sich auf eine aufregende Reise durch die Geschichte vor, während wir einige der außergewöhnlichsten Entdeckungen enthüllen, die Sie in Erstaunen versetzen werden. Können Sie sich eine mysteriöse verlorene Stadt vorstellen, die kürzlich von Archäologen entdeckt wurde und jahrhundertelang in Rätsel gehüllt war? Oder denken Sie daran, vor dem verlorenen Grab eines alten Pharaos zu stehen, dessen Schätze seit Jahrtausenden unberührt geblieben sind. Lassen Sie sich überraschen, während wir die unerforschten Regionen der Vergangenheit Ägyptens erkunden und unglaubliche Funde enthüllen, die das Potenzial haben, jeden zu überraschen. Nummer 1 Anlässlich des bedeutsamen und noch rätselhafteren 100. Jahrestages Der Enthüllung des Grabes von König Thut ist eine Grabstätte entstanden, die Historiker und Geschichtsinteressierte gleichermaßen fasziniert hat. Tief in der archäologischen Städte Saqqara in Gizeh wurde ein undokumentiertes Grab entdeckt, das die Überreste einer mysteriösen königlichen Königin namens Nies enthält. Aber warten Sie, es gibt noch mehr. Neben der Pracht der Pyramide von Königin Nies wurde eine erstaunliche Sammlung von über 300 Särgen und Mumien aus der Zeit des Neuen Reiches ausgegraben. Jeder wunderschön dekorierte Saq weist einzigartige Gesichtszüge auf, die es Archäologen ermöglichen, zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. Auf diesen Särgen befinden sich alte Zeichnungen. Das beeindruckendste ist die goldene Maske einer unbekannten Frau. Das Archäologenteam fand eine unbekannte Königin, was unser Verständnis der Vergangenheit veränderte. Sie fanden auch antike Gegenstände wie Spiele und Figuren. Diese Objekte zeigen uns, was die alten Ägypter überleben und tot dachten. Diese Entdeckung in Saqqara hilft uns, das alte Ägypten besser zu verstehen und wie das Königtum begraben wurde. Das Grab von Königin Nies birgt viele erstaunliche Dinge und noch mehr Dinge, die wir nicht verstehen. Historiker und Archäologen untersuchen diese Objekte und wir hoffen, mehr über diese faszinierende Zivilisation zu erfahren. Nummer 2 Der berüchtigte Fluch der Pharaonen ist nach wie vor ein beunruhigender Glaube, der tief in den Annalen der alten ägyptischen Geschichte verwurzelt ist. Dieser erschreckenden Erzählung zufolge muss jede mutige Seele, die es wagt, die heiligen Gräber der Pharaonen zu stören, mit schlimmen Konsequenzen rechnen. Die Ursprünge dieses beunruhigenden Mythos, der mit einem schrecklichen Fluch verbunden ist, der Zeit und Raum überschreitet, lassen sich bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen, genau im Jahr 1922, als der britische Archäologe Howard Cotter das Grab des Pharao Tutankhamun freilegte, ein Ereignis, das Wellen auslösen sollte Schock auf der ganzen Welt. Gerüchte über seltsame Todesfälle und Unglücke unter denen, die Tutankhamuns Grab erkundeten, verbreiteten sich schnell und führten zu der Idee eines Fluchs. Die alten Ägypter glaubten, dass ihre Pharaonen auch nach dem Tod die Macht hätten, diejenigen zu bestrafen, die ihre Gräber störten. Obwohl einige glaubten, dass das Unglück eher auf eine Krankheit als auf einen Fluch zurückzuführen sei, bleibt die Geschichte ein faszinierendes Mysterium. Manche glauben an das Übernatürliche, andere suchen nach logischen Erklärungen. Diese Geschichte spiegelt das Geheimnis der alten ägyptischen Kultur und das menschliche Interesse am Unbekannten wieder. Nummer 3 Tief in den Gräbern des alten Ägypten ruht eine rätselhafte Gestalt, die als der unbekannte Mann bekannt ist und besser bekannt ist als die schreiende Mumie. Dieser rätselhafte Fund wurde 1886 in der versteckten Lagerstätte der Elbahari entdeckt und hat allen, die ihn gesehen haben, Gänsehaut bereitet. Dieses mumifizierte Individuum zeichnet sich durch sein erschreckendes Bild und eine eigenartige Bestattung aus, die den altägyptischen Normen widerspricht. Sein Gesicht ist in einem Ausdruck purer Angst erstarrt, sein Mund ist offen, als würde er lautlos über tiefe Nütte schreien. Dies hat viele Theorien über seine gequälte Seele und die tragischen Ereignisse hervorgebracht, die zu seinem grausamen Schicksal führten. Die Mumie war in Schaffell gehüllt, ein unreines Material in der alten ägyptischen Gesellschaft, was daraufhin deutet, dass er möglicherweise ein Ausgestoßener war. Die mangelhafte Einbalsamierung und die überhastete Beerdigung werfen zusätzliche Fragen auf und deuten daraufhin, dass er möglicherweise ein in Ungnade gefallener Adliger oder Opfer eines brutalen Verbrechens war. Einige vermuten, dass es sich bei ihm um Prinz Pentor handeln könnte, den Sohn von Ramses III, der sich gegen seinen Vater verschworen und sich als Strafe das Leben genommen hat, was die übereilte Behandlung und den Ausdruck der Angst auf seinem Gesicht erklären würde. Die wahre Identität der Mumie bleibt jedoch ein Rätsel. Nummer 4 Aus einem kürzlich übersetzten griechischen Papyrus ging eine interessante Information hervor, ein Mittel gegen Kopfschmerzen nach dem Trinken. Der Papyrus schlug vor, dass der betroffene Blätter eines in Alexandria gefundenen Strauchs namens Kamei Daphne um seinen Hals binden sollte. Obwohl man damals glaubte, dass dies bei Kopfschmerzen helfen könnte, ist unklar, ob es wirkte, insbesondere bei einem Kater. Sie griffen auch auf Kräutertees und Honig zurück, um Magenbeschwerden zu lindern. Diese alte Behandlung wurde in einem 1900 Jahre alten Papyrus gefunden, der in Oxyrhynchus von den Forschern Bernhard Grenfell und Arthur Hunt entdeckt wurde. Das Studium und die Veröffentlichung von Papyri wie diesem hat ein Jahrhundert gedauert. In Band 80 der Zeitschrift wurden fast 30 medizinische Papyri von Oxyrhynchus enthüllt, die sich mit verschiedenen medizinischen Problemen befassten, von Hämorrhoiden und Geschwüren bis hin zu zahnmedizinischen Themen und Fragmenten von Augenoperationen. Nummer 5 Archäologen fanden Überreste eines antiken Tempels, der Zeus Cassius gewidmet war, einer Gottheit, die Merkmale von Zeus und dem Klimagott Cassius vermischt. Diese Ruinen wurden in Til-el-Pharama, in der nordwestlichen Ecke des Sinai, entdeckt. In der griechisch-römischen Zeit hieß sie Pelusium, eine Stadt mit historischem Wert als Hafen und Festung. Es hat verschiedene Epochen erlebt, von ägyptischen Pharaonen bis hin zu byzantinischen, christlichen und islamischen Perioden. Mustafa Vaziri vom Obersten Rat für Altertümer erklärte, dass der Fokus auf dem Tempel auf der Suche nach Granitsäulen lag, die einst den Eingang bildeten, aber aufgrund eines antiken Erdbebens in Trümmern zurückblieben. Diese Säulen wurden aus Asuan im Süden Ägyptens transportiert. Auch griechische Inschriften, die der Ägyptologe Jean-Clari fand, wiesen auf die Existenz des Tempels in der griechisch-römischen Zeit hin. Nummer 6 Im Jahr 2013 machten französische und ägyptische Archäologen eine bedeutende Entdeckung im Wadi-el-Jav, einem alten Hafen am Roten Meer. Pierre Tallet und Gregory Meward fanden Fragmente von beschriftetem Papyrus, den ältesten in Ägypten gefundenen Texten. Darunter befand sich eine Aufzeichnung aus dem 27. Regierungsjahr des Pharoah-Kiabs, in der der Bau der großen Pyramide von Gizeh detailliert beschrieben wird. Die Inschriften und Hieroglyphen, die vor mehr als 4.500 Jahren von Inspektor Meera verfasst wurden, schildern den Alltag der Arbeiter. Sie dokumentierten den Transport von Kaltsteinglöcken von Thura entlang des Nils und der Kanile, um die Pyramide zu umhüllen, eine Reise von zwei oder drei Tagen. Der Visier, der Halbbruder des Pharaos, überwachte das Projekt. In anderen Aufzeichnungen wurden ähnliche Projekte des Teams beschrieben, beispielsweise der Bau eines Hafens im Mittelmeer. Diese Erkenntnisse unterstützen den Bau der Pyramiden durch Menschen und entkräften Vorstellungen von außerirdischen Eingriffen. Nummer 7 Während des Feldzugs Napoleon Bonapartes unter der Führung des mutigen Pierre-François Buchart im Jahr 1799 entdeckte eine Gruppe Soldaten den Rosetta-Stein. Dies geschah etwa 35 Meilen östlich des geschäftigen Alexandria, an einem Ort, der heute Rosetta heißt. Der Rosetta-Stein ist ein wahres Wunderwerk aus schwarzem Basalt, fast einen Meter lang und bis zu zweieinhalb Fuß breit. Was es jedoch besonders hervorhob, waren die alten Inschriften, die in drei verschiedenen Sprachen in seine Oberfläche eingraviert waren. Griechisch, ägyptische Hieroglyphen und ägyptische demotische Schrift. Zu dieser Zeit konnte nur Griechisch verstanden werden und die anderen beiden Texte blieben ein Rätsel. Kluge Köpfe wie Thomas Young und Jean-François Champollion mischten sich später ein und beschlossen, den Code zu knacken und die Wahrheit herauszufinden. Durch ihre Intelligenz und Entschlossenheit entdeckten sie, dass die griechische Inschrift dieselbe Botschaft enthielt wie der Text in Hieroglyphen und demotischen Schriften. In der Antike waren diese Steinplatten sehr wichtig und wurden mit Ehrfurcht behandelt und in wichtigen Tempeln in ganz Ägypten aufgestellt. Jetzt steht der Rosetta-Stein in den großen Hallen des British Museum wie eine Brücke, die altes und modernes Verständnis verbindet. Allerdings ist eine Debatte im Gange und in Ägypten gibt es Stimmen, die sich für die Rückkehr des Steins in sein Heimatland aussprechen. Sie glauben, dass die Rückkehr dazu beitragen wird, sein reiches Erbe und seine Kultur zu bewahren und das Erbe der bemerkenswerten Zivilisation zu bewahren, die einst an den Ufern des Nils blühte. Nummer 8 Die Statue der Nofretete wird vom deutschen Archäologenteam für den Fund der Büste der Nofretete in Amarna hervorgehoben, aber trotz der Freude, sie zu finden, gab es zwischen den deutschen und ägyptischen Behörden Meinungsverschiedenheiten darüber, sie nach Hause zurückzuschicken. Viele gehen davon aus, dass Nofretete, eine eher mysteriöse Figur, aus einer königlichen Familie stammt. Einige andere Ideen deuten darauf hin, dass sie eine Gastprinzessin aus einem anderen Land oder vielleicht die Tochter einer wichtigen Person gewesen sein könnte, vielleicht sogar die Nachfolge von König Thut, während einige Geschichten besagen, dass sie im 12. Jahr der Herrschaft Echnaton starb. Spätere Forschungen deuten darauf hin, dass sie im 16. Regierungsjahr ihres Mannes noch recht einflussreich war. Nach dem Tod ihres Mannes übernahm Nofretete kurzzeitig die Rolle der Herrscherin über Ägypten. Die etwa 1,6 Fuß hohe ägyptische Büste der Nofretete besteht aus einem Kalksteinkern, der mit bemalten Stück bedeckt ist. Sein Gesicht auf der Statue ist fast perfekt symmetrisch mit einer in Bienenwachs eingebetteten Quarzpupille, sodass sein rechtes Auge schwarz erscheint, während sein linkes Auge nicht die gleiche Behandlung erfährt. Die Augenhülle befindet sich vor einem einfachen Kalksteinhintergrund. Nummer 9 Wie Abenteurer, die nach einer Nadel im Heuhaufen suchen, durchsuchten Archäologen unermüdlich jeden Winkel Ägyptens in der Hoffnung, die Grabstätte von Kleopatra zu finden, der mysteriösen Königin, die für ihre bemerkenswerte Führung und ihren Charme bekannt ist und das alte Ägypten von Anfang an regierte. 51-30 v CHR Die Einzelheiten seines Todes und seiner letzten Ruhestätte blieben jedoch geheim, was seine Anziehungskraft noch steigerte. Dann, in einer bemerkenswerten Wendung des Schicksals, machte Kathleen Martinez, eine Archäologin an der Universität von San Domingo in der Dominikanischen Republik, im Jahr 2022 eine bahnbrechende Entdeckung im Tempel von Taposires Magna in Alexandria. Unter der Erde verbarg sich ein 4.300 Fuß langer Tunnel, der den Forschern bisher unbekannt war und von dem einige glauben, dass er zum Grab von Kleopatra führte. Dieser Tunnel, geschmückt mit Artefakten mit den Namen und Bildern von Kleopatra und Alexander dem Großen sowie Statuen der Göttin Isis, hat bei Ägyptologen große Aufregung ausgelöst. Die Bedeutung dieses Fundes wurde mit der Entdeckung des Grabes von König Thut im Jahr 1922 verglichen und viele spekulieren über den überfluteten Teil des Tunnels. Einige glauben, dass es durch antike Erdbeben verursacht wurde, während andere sich fragen, ob es sich dabei um eine bewusste Maßnahme handelt, um die darin verborgenen Schätze zu schützen. Während Archäologen weiterhin die Geheimnisse erforschen, die in diesen Mauern verborgen sind, könnten sie möglicherweise unser Verständnis des alten Ägypten verändern. Nummer 10 Im Jahr 2019 machte eine Gruppe von Wissenschaftlern einer Universität in Spanien eine überraschende Entdeckung. Sie stießen auf ein Grab, das nicht mit den üblichen menschlichen Überresten gefüllt war, sondern stattdessen mumifizierte Krokodile beherbergte. Diese Entdeckung versetzte sie in eine Zeit, als mächtige Pharaonen die Länder des alten Ägypten regierten. Interessanterweise befand sich dieses Grab direkt neben sechs anderen Gräbern wichtiger lokaler Persönlichkeiten der altägyptischen Kultur. Krokodile spielten eine bedeutende Rolle in Ritualen, die Sobek gewidmet waren, dem Gott, der mit Wasser, Fruchtbarkeit und Macht in Verbindung gebracht wird. Sobek wurde oft als Mensch mit Krokodilkopf dargestellt und soll die Menschen vor den Gefahren des Nils, einschließlich Überschwemmungen, Krankheiten und Krokodilangriffen, schützen. Obwohl die Bandagen, mit denen diese mumifizierten Krokodile einst umwickelt waren, im Laufe der Zeit zerfallen sind, deuten kleine Spuren von Leinen, Palenblättern und Seilen, die an der Stätte gefunden wurden, darauf hin, dass sie sorgfältig auf das Leben nach dem Tod vorbereitet wurden. Basierend auf Datierungsmethoden wird geschätzt, dass diese Krokodile seit über 2300 Jahren in ihrem Grab rohen. Überraschenderweise zeigte keines der alten Reptilien Anzeichen einer Verletzung. Es wird spekuliert, dass sie mit Netzen gefangen und dann möglicherweise ertränkt, erstickt oder vor ihrer Reise ins Jenseits in der Sonne umkommen gelassen wurden. Nummer 11 Auf einem Friedhof in der historischen Stadt Philadelphia in Ägypten haben Archäologen antike Mumien ausgegraben. Philadelphia entstand in polemischer Zeit, als Ägypten unter der Herrschaft der Pharaonendynastie stand, die von einem der Generäle Alexanders des Großen abstammte. Trotz der Machtwechsel florierte die Stadt weiterhin. Jüngste Ausgrabungen auf dem Philadelphia Cemetery haben zwei völlig intakte Mumienporträts sowie einige teilweise vollständige und unvollständige Mumienporträts zutage gefördert. Diese Porträts waren teuer und realistisch, was daraufhin deutet, dass die hier begrabenen Menschen wahrscheinlich der oberen Mittelschicht oder Elite der damaligen Zeit angehörten. Sie wurden von Künstlern aus Alexandria geschaffen. Dieser Befund unterstreicht die Ähnlichkeiten und gemeinsamen Erfahrungen im Laufe der Zeit und verbindet uns mit unseren alten Vorfahren. Nummer 12 Wir befinden uns jetzt im Gizital, einem Vorort von Kairo, in der Nähe der berühmten Pyramiden von Gizeh. Der Fernsehsender National Geographic begann mit der Live-Übertragung der aufregenden Operation zur Erkundung eines geheimen Tunnels in der großen Pyramide, auch bekannt als Job's Pyramide. Der Eingang zu diesem Tunnel wurde vor zehn Jahren entdeckt, doch damals fehlten den Forschern die notwendigen Techniken, um ihn zu erkunden. Jetzt wurde die Aufgabe einem Roboter anvertraut, der vom deutschen Wissenschaftler Rudolf Gantenbrink entwickelt wurde. Dieser Roboter betritt den Tunnel vorsichtig mit einer Kamera, mit der Forscher beobachten können, was im Inneren passiert. Damals glaubte Zahi Hawass, Leiter des Obersten Rates für Altertümer Ägyptens, dass der Tunnel zu Cheops Grab oder einigen seiner Memoiren führen würde, während andere Forscher dachten, sie könnten Statuen oder Schätze finden. Als der Roboter jedoch das Ende des Tunnels erreichte, offenbarte er nur ein steiniges Ende, was alle enttäuschte. Es wurde jedoch bald klar, dass dies nicht das wahre Ende war, es war eine weitere Tür in der Mitte des Tunnels. Es schien unmöglich, diese Tür zu öffnen und der Versuch, ein Geheimnis aufzudecken, wurde zu einer faszinierenden Herausforderung. Die erste Tür führte sie zu einem weiteren Rätsel, so Georgi Nadifev, Leiter der Russischen Gesellschaft zur Erforschung der Probleme des Atlantischen Ozeans. Die Erbauer der Pyramide wollten diese Option vorsehen, um zu verhindern, dass jemand im Inneren in die Pyramide eindringt. Es war nur natürlich, dass sie zusätzliche Schutzbarrieren installieren würden, um den Zugang zum Inneren durch die Tunnel zu verhindern, falls jemand den Eingang um sie herum entdecken würde. Sobald sie drinnen waren, standen sie vor einer weiteren Tür. Dies war notwendig, wenn sich niemand darin befand und von entscheidender Bedeutung, wenn die Pyramide alte wissenschaftliche Geheimnisse beherbergte, die die Pharaonen mit großer Effizienz bewahren wollten. Die Pharaonen fürchteten Khafrek, der tausende von Jahren vor Christus lebte. Der historischen Erzählung zufolge wird angenommen, dass die Bestandteile der berühmtesten ägyptischen Pyramiden darin vergraben waren, es gibt jedoch keine Inschriften, die diese Geschichte bestätigen. Diese Tatsache widerspricht den Bestattungsritualen und Traditionen des alten Ägypten, Pyramiden keine Mumien gefunden wurden, was daraufhin deutet, dass sie zu einem fernen Zeitpunkt von Dieben oder Eindringlingen geplündert wurden. Wenn es jedoch zu einem solchen Diebstahl kam, dann geschah das schon vor langer Zeit. Im 9. Jahrhundert heurte Kalif Al-Mamun, Herrscher von Kairo, Arbeiter an, um auf der Suche nach ägyptischen Schätzen oder Antiquitäten in die Nordwand der großen Pyramide zu bohren. Arabische Historiker der damaligen Zeit glaubten, dass die Pyramiden wichtige wissenschaftliche Geheimnisse enthielten, etwa die Entwicklung Neuarbeitsgeräte, rostfreie Waffen und Glas, das gefaltet werden konnte, ohne zu zerbrechen. Nachdem er das Loch gebohrt hatte, fand Al-Mamun jedoch nichts darin, keine Schätze, keine wissenschaftlichen Geheimnisse, nicht einmal nützliche Inschriften. Die entscheidende Frage ist, gab es irgendetwas in der großen Pyramide und wenn ja, wohin ging der gesamte Inhalt? Einige Historiker vermuten, dass sie Jahre nach Kufus totgestohlen wurde, obwohl dies nahezu unmöglich erscheint, da die große Pyramide von diesem Zeitpunkt an bis zum Überfall von Al-Mamun nicht durchbrochen worden war. In seinem Buch Fingerprints of the Guards weist der Filmregisseur und Autor Graham Hancock auf interessante Fakten hin, unter anderem darauf, dass Al-Mamun, als er durch die Pyramide ging, sie völlig leer vorfand. Es gab nichts als Wände ohne Inschriften und einen mit Sand bedeckten Boden. Diese Erkenntnis ist nicht auf die Chirubs Pyramide beschränkt, sondern gilt für alle Pyramiden. Während der dritten und vierten Pharaonendynastie wurden in den Pyramiden keine Mumien gefunden und es gab keine Hinweise auf königliche Bestattungen. In einigen Fällen wurden keine Särge entdeckt, wie zum Beispiel bei der Maidum-Pyramide. Allerdings wurde in der Pyramide von Sakne wird, dass es sich bei den Pyramiden um Gräber von Pharaonen handelt, gibt es keine historische Quelle, die dies belegen könnte. Es ist klar, dass der Bau dieser Pyramiden nicht nur der Bestattung eines einzelnen Pharaos gewidmet war. Bei seinem Bau wurden zahlreiche Maßnahmen durchgeführt und möglicherweise unbekannte Techniken eingesetzt. Diese Errungenschaft beschränkt sich zweifellos nicht nur darauf, ein Mausoleum zu sein, Wissenschaftler untersuchen diesen Aspekt seit fast einem Jahrhundert. Es ist logisch, die Vorstellung infrage zu stellen, dass die Pyramiden lediglich Gräber seien. Wir müssen den Zweck hinter seiner Konstruktion herausfinden. Der russische Archäologe Alexander von ihn bemerkt, dass Wissenschaftler in den Pyramiden keine Gräber oder menschlichen Skelette gefunden hätten, was sie zu einem rätselhaften Rätsel mache. Es gibt These, die daraufhin deutet, dass sie als antike Tempel oder Schulen gedient haben könnten, in die Einzelpersonen eintraten, eine Zeit ihres Lebens verbrachten und mit erworbenem Wissen wieder verließen. Eine andere Idee verbindet die Pyramiden mit der Emission einer mysteriösen Energie, wie der französische Forscher Anthony Buff in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts feststellte. Buff behauptete, dass sich das Feuer im Pyramiden Gebiet schneller ausbreitete als in anderen Gebieten. Jahrhunderts